hallo herzlich willkommen zu meinem video navigiert euch das heute gibt es das türchen 10 des weihnachtskalenders von kari lotus mir und ja heute stellst du dich richard zusammen mit einem verbindeten der ratte nicht so schnell junger hengst du bist außerdem durch den technologie pakt mit der ratte gebunden gebunden ist wahrscheinlich das bessere wort hier nur einheit und gebäude die auch die ratte baut hast du selbst ebenso zur verfügung was so viel bedeutet wie ja dass du irgendwie richard mit sperrträger und buchschützen schlagen muss bin ich gespannt ob ihr das schafft denn ja im prinzip seht ihr sofort hier dein holzfäller obstfammerk im startbrot ist noch da und ja wir sehen hier auch sieht nicht so gut aus wie jetzt mit der marktverfügbarkeit aus ja auch da haben wir nur die sachen die die ratte wirklich auch nutzen würde den trade wir haben wir schon ein paar farben am anfang das ist nicht schlecht immerhin wir haben ja auch ein paar holzfäller und zwei steinbrüche aufgesetzt und ja wir können immerhin noch ein brunnen bauen auch wenn die ratte das eigentlich nicht hat also nicht immer und ich glaube mit mördergruben können wir noch brauchen ja mördergruben weil meine ratte hat auch mördergruben sehen wir hier und ja genau das hier ist euer verbündeter die ratte das heißt diesmal seite sogar in der überzahl das erste mal glaube ich in der mission dass du mit einem verbündeten mehr seit als den gegner der besiegen muss und der gemeinsame gegner ist richie richie der löwenherz der eine fette echo hat 1 2 3 4 steinbrüche fünf steinbrüche ja viele eisenminen auf jeden fall und hat auch ein bisschen farmland womit er sich eigentlich ganz gut über wasser halten kann und er hat auch den high ground ja it's over my friend wir werden sehen wie viele leute überhaupt bis hierher gekommen sind schreibt mal in die kommentare wenn ihr noch dabei seid oder ob wir das den kalender schon geschafft habt pilaf sagt ja immer er schafft die mission recht schnell will ich dann noch mal shoutout geben pilaf auf jeden fall einer von den spielern die doch echt was drauf haben könnte auch gleichzeitig noch einen shoutout bekommen für samurai samurai auf seinem kanal mr let's draw heißt er dort weil er immer sachen malt auf seinem kanal berichtet er von seinen strugglen zum kalender und hat auch ein paar sachen aus dem boystead mitgeschnitten ist auf jeden fall lustig kann ich euch empfehlen schaut einmal vorbei und ja damit wünsche ich euch auch schon viel spaß bei der mission heute ja viel spaß auch sonst in eurem leben werdet nicht krank bleibt gesund und wir sehen uns morgen